In aller Regel wird dann eben einer aus Durchschnittsholz sehr häufig gewählt, aber in der jetzigen Zeit denke ich das riskant. Und zwar darum, weil die Probleme, die das Land hat und Herausforderungen sind so gross, dass einfach, wenn dann zu viele aus Durchschnittsholz sind, könnte es dann tatsächlich eines Tages problematisch werden. Und wenn ich jetzt die drei anschaue, die ich jetzt vorschlagen werde, aus dem Ticket, dann muss ich sagen, das ist einfach dürftig. Es ist nicht einmal Durchschnittsholz. Nein, es ist nicht einmal Durchschnittsholz. Nein, es ist ja so. Aber du bist ja so gerade du der Meinung, dass das nicht durchschnittsholz, dass das nicht einmal durchschnittsholz? Nein.